So, und das sind wir schon wieder. Zu einer weiteren Runde left for dead. Ne, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme. Ähm, wo sind wir jetzt eigentlich? Ähm, ich muss noch einmal in den schlauen Zettel mal gucken. Ähm, das Krankenhaus. Genau, genau. Das Krankenhaus. Da war ja was. So, bevor ich mal kurz pinkeln war und so. Da war ja was. Ähm. Töte. Ist, also dem Krankenhaus hier, wenn du es so siehst. Möchte ich nicht unbedingt Uh, ist leer. Oh. Ich bin schon geriegelnd. Da. Ich bin schon geriegelnd. Was? Wer versteckt? Warum denn? Ich hab doch an einen Feuerlöscher geschossen, du vollidiot. Da stand ein Pfleger. Boah, hat es gemacht. Ja, wo müssen wir denn hin? und heute geht es nur kippt gt nicht nur noch und wir sind wenn er zugestellt ich will dann nicht mehr Da ist ein Hunter. Ich will da nicht rein. Ich muss immer wieder opfern für alle. Traut sich keiner rein. Hallo? Notruf? Ja, hier im Krankenhaus. Lauter Zombies. Der hat einfach aufgelegt. Waren wir denn da nicht gerade? Vergess es. Immer schön auf die Feuerlöscher schießen. Oh, ich muss nachladen. Ich habe nur noch einen Schuss. Ist da einer? Was schießt denn hier? Da war ein Hunter. Oh, mein Zigaretten ist ausgegangen. Sekündchen. Ich höre schon wieder eine Witch. Ich höre schon wieder eine Witch. Unten. Ey, Pillen. Die braucht er eh nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr sagen. Nein. 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 Jetzt gehen wir dann auf, Hopp. Kommt ihr? Gott sind hier ne Menge Smoker. Schreit doch nicht immer so. Monotoff. Wo geht's da hin? Zu nem Hirn? So dunkel hier überall, ich seh nix. Mach mal das Bändchen kaputt. Ach da waren die ganzen Zombies drin oder? Die haben noch versucht zu heilen. Wollen sie den aufziehen? Na ich will aber nicht. Ja ok, dann holen wir den Aufzug Männers, kommt mal her. Ja. Lade ich jetzt mal noch. Sie kommen. Oh Gott. Da noch. Da geht's ja. Oh Gott. Ball ist incoming, Ball ist Rohr. Der Aufzug schon da? Oh nein. Schau. 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 alle mal rein alle mal rein wo gehen wir hin? ein 28. Stock habe ich gedrückt warum drücken wir nicht den 30? es ist nicht fair, ich kenne Zombie-Bullshit an das, du weißt? sie sind nicht so schnell zu sein was? wir haben noch ein paar Stöcke er ist halt den 30 drückt, hier oder? das war noch eine Baustelle wo, 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 nein, 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 nein oh, cool das ist ja noch eine Baustelle hier oben tja, da habt ihr das Geld umsonst für das zu bauen rausgeschmissen das ist ja irgendwie wieder ein Smoker da 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 ich glaube das war keine so gute Idee ok so, die habe ich schon nochmal ab ziemlich windig hier da Oh, da ist schon der Safe-Room. Na, geh mal in der Safe-Room. Hopp, abmarsch. Hey, hey.